Fitness mit Marc Folge 142 Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Als Teenager traf er sich mit seinen Kumpels zum Quake-Zocken. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Und wie geht's dir? Bist du schön entspannt oder stehst du so richtig unter Druck? Heute geht's um Stress und wie sich Stress auf deine Fitness auswirkt. Für einige Menschen heißt Stress auch, dass der Fettabbau blockiert wird. Blockiert Stress auch deinen Fettabbau? Nun, eine Antwort auf diese Frage und wie du damit umgehst, die bekommst du in der heutigen Folge. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die meisten von uns gehen einem Job nach. Viele von uns haben auch eine Familie, haben vielleicht Kinder. Dann sind da noch Freunde und ganz klar unser Training, das Krafttraining, vielleicht auch das Kardiotraining. Und eine gesunde Ernährung, die sollte natürlich auch sein. Kochen ist natürlich auch eine gute Sache. Und vor allen Dingen solltest du auch gesunde Sachen einkaufen. Tja, auf der anderen Seite schauen wir auf die Uhr und sehen, oh, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Und das ist eigentlich ganz schön wenig Zeit, um das alles unter einen Hut zu kriegen. Und es ist kein Wunder, dass Stress für viele von uns ein Normalzustand ist. Vor einigen Jahren hat das Institut Forse eine Umfrage gemacht und Menschen befragt aus Deutschland, in welchen Situationen sie Stress empfinden. Und die Antwort war, dass jeder zweite Deutsche sich unter Zeitdruck setzt. Erst in Beruf, in Alltag und Familie und sogar jeder dritte leidet unter gesundheitlichen Sorgen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Falls Stress für dich auch ein Thema sein sollte, dann herzlich willkommen im Club und herzlich willkommen in dieser Folge. Denn heute ist der richtige Zeitpunkt, um gegenzusteuern. Denn übermäßiger Stress kann unser Projekt Traumkörper ernsthaft bedrohen. Die Wirkung, die anhaltender Stress auf unseren Körper hat, kann die Jagd nach dem Sixpack zum aussichtslosen Kampf werden lassen. Ja, und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen chronischem Stress und Fettleibigkeit. Das ist wissenschaftlich längst bewiesen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Denn wenn du weißt, wie Stress entsteht, woran du ihn erkennst und wie er sich auf deinen Körper auswirkt, dann kannst du was dagegen tun. Und dann ist die heutige Folge genau die richtige für dich. Also es geht um drei Fragen. Die erste Frage ist, was ist eigentlich Stress? Ich meine, jeder Mensch redet davon, aber was ist das eigentlich und welche Auswirkungen hat Stress auf unseren Körper? Zweitens, wie beeinflusst Stress unsere Fitness konkret den Fettabbau und die Fettverbrennung? Und woran erkennst du die Stressfaktoren? Woher weißt du, dass es Zeit ist, etwas zu ändern? Am Ende gebe ich dir noch ein paar Tipps mit, wie du dein Stresslevel senken kannst. Also lass uns zuerst einmal auf die Ursachen eingehen. Wie entsteht Stress? Nun, es gibt zwei Arten, auf die Stress entstehen kann. Das eine sind die psychischen Faktoren, das andere sind die physischen Faktoren. Und psychischer Stress entsteht in solchen Situationen, denen wir gedanklich eine negative Bedeutung geben. Und das können Konflikte sein, es können auch Situationen sein, von denen wir glauben, dass sie uns überfordern. Und das sind zum Beispiel Termine, Leistungsdruck im Beruf, Verantwortung in Job und Familie, soziale Konflikte, Geldsorgen, gesundheitliche Probleme. Manchmal gibt es auch einfach schlechte Nachrichten, Rahmenbedingungen ändern sich, es kommt irgendwas dazwischen. Es gibt viele, viele weitere Beispiele. Wie wirkt sich das dann aus? Ja, die Bundesregierung hat ein Stressreport für Deutschland vor einigen Jahren veröffentlicht. Und die Zahlen, die darin stehen, die alarmieren wirklich. Denn jeder zweite Deutsche klagt über stressbedingte psychische Beschwerden. Da stehen dann solche Symptome wie Erschöpfung und Müdigkeit. 53 Prozent aller Deutschen leiden darunter. Kopfschmerzen immerhin 40 Prozent. Reizbarkeit, Nervosität, Schlafstörung oder Niedergeschlagenheit. Fakt ist, Stress gehört für viele Menschen dazu zum Leben. Und wenn wir uns über Jahre im Übermaß negativen Stress aussetzen, also diese Art von Stress, die als unangenehm empfunden wird, dann nützen oft die besten Vorsätze zu Training und Ernährung nichts. Hier gibt es Wissenschaftler aus England, die haben über 10.000 Menschen für 14 Jahre untersucht und begleitet und haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen chronischem Stress auf der einen Seite und Fettleibigkeit, Insulinresistenz und sogar Diabetes auf der anderen Seite hergestellt. Und dann kann Stress daneben auch durch eine Reihe physischer Faktoren entstehen, die unseren Körper beeinflussen. Und oft fällt uns das gar nicht auf. Hier sind ein paar Beispiele. Schlafmangel oder Schlafstörung. Dann leiden einige Menschen unter Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, ohne das zu wissen. Insulinresistenz, Diabetes, Fettleibigkeit. Dann gibt es noch Schadstoffe und Medikamente, die einen Einfluss nehmen können. Und natürlich auch die Qualität der Atemluft. Das sind ganz schön viele Faktoren, die uns stressen könnten. Und ja, um diese ganze Anzahl geht es mir gar nicht. Mir geht es dabei um Folgendes. Für deinen Körper ist es völlig egal, wo die Ursache des Stresses liegt. Ob es jetzt auf der einen Seite vielleicht negative Gedanken sind oder auf der anderen Seite äußere Faktoren, die Reaktion deines Körpers auf einen Stressor ist immer die gleiche. Ja, was ist das für eine Reaktion? Kennst du den Film Apollo 13 mit Tom Hanks? Das war vor langer Zeit einer meiner Lieblingsfilme und ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, der ist ziemlich spannend. Und da gibt es diesen berühmten Spruch, Houston, wir haben ein Problem. Und das ist der Funkspruch, mit dem die Astronauten der Apollo 13 Mission vor 40, bald 45 Jahren, die rote Warnlampe anknipsten. Ja, und mit unserem Körper ist es sehr ähnlich. Wenn unser Körper ein Problem wahrnimmt, dann gibt er auch ein Signal ab. Zwar nicht per Funk, sondern indem er ein Hormon ausschüttet. Und das ist das Stresshormon Cortisol. Dieses Stresshormon Cortisol blockiert die Wirkung zweier wichtiger Hormone in deinem Körper. Auf der einen Seite blockiert Cortisol Testosteron, also unterbricht den Aufbau von Proteinen im Körper. Und auf der anderen Seite unterbricht es das Insulin. Es zieht Proteine aus den Muskeln und wandelt sie in Glucose, also in Zucker um. Cortisol ist also ein Anti-Testosteron und es ist ein Anti-Insulin. Und damit liegt auf der Hand, Cortisol wirkt muskelabbauend, also Katabol. Und das alleine kann den Erfolg des Nackt-Gut-Aussehen-Projekts torpedieren. Ja, und jetzt kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Also, Cortisol hat auch das Zeug zum Dickmachen. Cortisol hemmt nämlich den Fettabbau. Und dieser Punkt ist so elementar wichtig, dass ich ihn gern nochmal im Detail aufgreifen möchte. Lass uns mal ein Gedankenexperiment machen. Denk mal an deinen perfekten Tag. Vielleicht wachst du irgendwann morgens erholt und natürlich ganz ohne Wecker auf und gehst entspannt den Dingen nach, die dir wichtig sind. Du gibst deinem Körper genau die Nährstoffe und die Bewegung, die er braucht, um optimal zu funktionieren. An diesem wunderbaren Tag gibt es einfach so viele Situationen, über die du lachen kannst, dass du einfach aufhörst, sie zu zählen. Zu schön, um wahr zu sein? Falls du das denkst, dann würde ich eher sagen, da geht noch was. Cortisol ist ein Tageshormon. An deinem perfekten Tag bringt Cortisol dich nämlich nach dem Aufstehen so richtig in Gang. Du brauchst das Cortisol. Dein Cortisol-Spiegel ist morgens übrigens ganz natürlich am höchsten. Und im Tagesverlauf schüttet dein Körper dann immer weniger Stresshormon aus, bis du abends wieder einschläfst. Cortisol ist also lebensunwendig. Es gibt dir Energie und es gibt dir Aufmerksamkeit. Und in diesem perfekten Tag wirkt das Stresshormon sogar fettverbrennend. Und zwar am Morgen, wenn dein Insulinspiegel niedrig ist und der Testosteronspiegel hoch ist. Tja, und die meisten Menschen, die träumen wahrscheinlich von so einem Tag oder haben ihn vielleicht im Urlaub. Und ganz nebenbei, das ist einer der Gründe, warum viele Menschen im Urlaub ganz normal abnehmen. Der Alltag sieht in Deutschland leider ein bisschen anders aus. Für die meisten Menschen sieht der normale Tag viel stressiger aus. Und der Cortisol-Zyklus ist deswegen gestört. Und das bedeutet konkret für diese Menschen, sie sind morgens müde und nachts sind sie wach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt viele Menschen, die kommen morgens ohne Koffein gar nicht mehr in Gang. Ja, das sind die Menschen, die dann ihre Dosis am Morgen tanken müssen, weil ihr Körper von sich aus zu wenig Cortisol ausschüttet. Ja, was macht das Koffein dann? Das stimuliert die Nebennierenrinde. Das ist die Cortisol-Fabrik unseres Körpers. Und der Spiegel unseres Stresshormons steigt erst dann auf ein normales Niveau, das uns dann arbeitsfähig macht. Tja, Kaffee ist zwar gesund, aber zu viel des Guten ist dann häufig auch nicht ganz so gut. Zu viel Kaffee sorgt nämlich dafür, dass die Nebennierenrinde dann irgendwann überstimuliert wird und wir mehr oder weniger vom Koffein abhängig werden. Wer zum Beispiel abends oder gar nachts einen extra Energieschub bekommt, der sollte nochmal genau hinschauen. Häufig ist das ein weiteres Zeichen für einen verqueren Stressrhythmus. Solche Menschen kommen dann gar nicht ins Bett, schlafen zu wenig und wachen am nächsten Morgen erschöpft und wiegeredert auf. Und das ist der Beginn von einem Teufelskreis, der über Jahre andauern kann. Jetzt lass uns nochmal konkret darauf eingehen, wie beeinflusst Stress eigentlich den Fettabbau und die Fettverbrennung. Und dazu setzen wir uns in eine Zeitmaschine. Lass uns mal 10.000 Jahre in die Vergangenheit reisen zu unseren Steinzeitvorfahren. In der Steinzeit waren es natürlich keine chronischen, sondern akute Gefahren. Vielleicht ein wildes Tier, vielleicht ein Unwetter, das nahte. Ja und in solchen Situationen war unser Steinzeitvorfahrt darauf angewiesen, alle Kräfte zum Überleben zu mobilisieren. Heute setzen viele Menschen sich nahezu permanent Stressfaktoren aus, die diesen sogenannten Fight-or-Flight-Mechanismus triggern. Chronischer Stress hat eine ganze Reihe negativer Auswirkungen aufs Abnehmen, auf den Fettabbau und auf die allgemeine Gesundheit. Besonders dann, wenn ungesunde Fabriklebensmittel in der Nähe sind. Und die wurden ganz häufig speziell so entwickelt, dass unser Gehirn kortisolsenkende Glückshormone ausschüttet. Und wenn wir uns permanent inneren und äußeren Stressfaktoren aussetzen, dann wird Cortisol zu unserem ständigen Begleiter. Und wer dann chronisch zu viel Cortisol ausschüttet, der sorgt dafür, dass der Fettabbau ausgebremst wird. Und zwar auf gleich drei Arten. Lass uns die mal nacheinander durchgehen. Problem Nummer 1. Cortisol betäubt unsere Zellen. Cortisol betäubt die Rezeptoren, die unsere Zellen auf andere Hormone reagieren lassen. Und die werden dann resistent gegen diese Hormone. Zum Beispiel die Resistenz gegen Insulin. Diabetes Typ 2 ist eine Krankheit, bei der zwar genügend Insulin hergestellt wird, aber die Zellen reagieren nicht mehr auf diesen Botenstoff. Und den Zustand nennt man dann Insulinresistenz. Wenn dieser Zustand für einen längeren Zeitraum anhält, dann entsteht Diabetes. Und wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du, dass Insulin das Speicherhormon ist. Insulin schließt die Kohlenhydratspeicher in den Muskeln und der Leber auf, aber es schließt auch die Speicher der Fettzellen auf. Ein hoher Insulinspiegel, und genau das passiert ja bei Insulinresistenz, führt dazu, dass dein Körper weniger oder kein Fett aus den Fettzellen ausschleusen kann. Denn es geht ja ums Speichern. Das signalisiert das Insulin. Und damit bleibt das Fett in deinem Körper gefangen. Selbst wenn du eine Diät machen würdest. Für viele Menschen kann eine Low-Carb-Ernährung genau dann wahre Wunder wirken, wenn sie unterschwellig insulinresistent sind. Eine kohlenhydratarme Ernährung lässt den Insulinspiegel sinken und öffnet die Türen der Fettzellen wieder. Ja, und der zweite Faktor ist die Resistenz gegen Leptin. Unsere Fettzellen schütten das Hormon Leptin aus. Und das wirkt wie ein Thermostat. Leptin signalisiert, wie viel Fett wir gespeichert haben und wie schnell wir Fett abnehmen. Ein hoher Leptinspiegel signalisiert unserem Gehirn, ich bin satt, nicht weiter essen. Ja, und wenn die Leptinrezeptoren durch Cortisol betäubt sind, dann fehlt dieses Signal. Und dann bleibt der Hunger. Und wir würden weiter essen. Permanenter Stress kann also dazu führen, dass wir permanent Appetit haben. Ja, und wenn beides zusammenkommt, dann heißt das Diät Frust. Denn wer resistent gegen Insulin ist, ist meistens auch resistent gegen Leptin. Wer Fett abbauen möchte, um nackt gut auszusehen, für den ist diese Kombination ziemlich ungünstig. Denn das überschüssige Fett bleibt einerseits in den Zellen gefangen und der Hunger bleibt auch. Und dann wird Abnehmen zu einem aussichtslosen Kampf, zumindest für diejenigen Menschen, die einfach ihre Energiezufuhr einschränken und abnehmen wollen. Und ich glaube, für einige Menschen ist genau das der Grund dafür, dass eine Diät oder eine Ernährungsumstellung für sie nicht funktioniert. Es gibt noch ein zweites Problem. Cortisol verstärkt Entzündung. Cortisol begünstigt Entzündung in unserem Körper und blockiert damit indirekt den Fettabbau. Denn wir speichern Fett ja auf verschiedene Arten ein. Am prominentesten ist das greifbare Fett, also das direkt unter der Haut. Das nennt man auch subkutanes oder Unterhautfett. Und daneben gibt es dann auch tiefer liegendes Fett, das unsere Organe umgibt. Das ist das Viszeralfett. Bierbauchträger besitzen in der Regel eine Menge an Viszeralfett. Und deswegen wirkt der Bauch dann auch so aufgebläht. Wer sich permanent im Stress aussetzt, der sorgt dafür, dass der Körper bevorzugt Viszeralfett einspeichert. Und dieses Viszeralfett ist gefährlich. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens sendet es die gleichen Entzündungssignale wie Cortisol und zweitens kann es die Organe in ihrer Funktion einschränken, weil es sie direkt einhüllt. Also lass uns nochmal zusammenfassen. Zu viel Stress führt zu viel Cortisol. Cortisol begünstigt Viszeralfett. Cortisol und Viszeralfett begünstigen Entzündungen. Ja, und Entzündungen führen zu noch mehr Stress. Und das ist noch ein Teufelskreis. Damit nicht genug. Es gibt noch ein Problem. Cortisol bringt die Sättigungshormone aus der Balance. Wir haben ja eben schon über Leptin geredet. Und neben diesem Leptin bringt Cortisol auch ein anderes Sättigungshormon aus dem Gleichgewicht. Das Grelin. Während Leptin dafür verantwortlich ist, dass du satt wirst, lässt Grelin dein Appetit wachsen. Wenn wir jetzt an den perfekten, stressfreien Chill-Out-Tag denken, dann verrichten die beiden Hormone ihren Dienst. Dann signalisiert Grelin Hunger und du schüttest Grelin aus, wenn du Energie brauchst und dann wirst du hungrig. Ja, und Leptin bedeutet satt. Ja, und sobald du dann nach dem Essen oder beim Essen genügend Energie getankt hast, schüttet dein Körper Leptin aus und du bist satt und dann hörst du auf zu essen. Ja, und jetzt kommt das Cortisol ins Spiel. Cortisol erhöht die Grelinausschüttung dramatisch und lässt deine Gehirnzellen resistent gegen Leptin werden. Und das führt dazu, dass viele von uns zu viel essen, wenn sie permanent gestresst sind. Ja, und dann kommt noch ein Faktor dazu, warum essen wir lieber Schokolade und Gummibärchen als Brokkoli in Putenbrust, wenn wir gestresst sind. Die schnell verfügbaren Kohlenhydrate aus Zucker, die sorgen dafür, dass der Insulinspiegel in die Höhe schnellt. Ja, und Insulin ist ein Gegenspieler vom Cortisol. Insulin lässt den Cortisol-Spiegel sinken und dann sinkt auch der Stresspegel. Dieser Jieper nach Süßen, den viele gestresste Menschen kennen, der ist also eigentlich was Gutes, denn unser Körper möchte dadurch den Stresspegel senken. Und die Idee ist ja auch gut. Trotzdem ergibt sich dadurch ein weiterer Teufelskreis, denn die Süßigkeiten sind schnell verdaut und mit dem Blutzucker, der dann irgendwann abfällt, fällt auch der Insulinspiegel in den Keller und der Körper schüttet wieder Cortisol aus, um den Blutzucker zu stabilisieren. Ja, und dann ist das Verlangen nach Süßem schnell wieder zurück. So, das waren jetzt einige Probleme im Zusammenhang mit Stress und ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen, bevor wir jetzt gleich auf die Lösung kommen. Das Training, das haben viele von uns auf dem Schirm. Richtige Ernährung ist auch wahrscheinlich keine Neuigkeit, wenn du schon länger zuhörst. Regeneration ist natürlich auch wichtig. Schlaf ist wichtig. Ja, den Erfolgsfaktor Stress, den haben viele nicht auf dem Schirm. Warum auch? Wird selten thematisiert, gerade in Fitnessbüchern oder auf Fitnesswebsites. Ein wichtiger Faktor, wenn du deinen Körper verändern möchtest. Und du kannst deinen Stresspegel auf jeden Fall kontrollieren. Und wie du das machst, dazu komme ich jetzt. Ja, rein statistisch ist jeder Zweite chronisch gestresst. Und meine These ist, dass ganz viele Menschen die Verantwortung für ihren Stress abgeben und sagen, das liegt am Straßenverkehr oder der Chef war so blöd zu mir oder das Wetter ist blöd oder dies und das ist dazwischen gekommen und sie können nichts dafür. Und rein objektiv können sie natürlich auch nichts dafür. Und sobald du die Verantwortung übernimmst, bist du am Steuer. Und das ist ein ganz wichtiges Gefühl, um dieses Stressgefühl, dieses Hilflosigkeitsgefühl abzustellen. Ich möchte jetzt einfache Übungen, sieben konkrete Übungen mitgeben, die dir dabei helfen, dich zu entspannen. Und dieses Gefühl der Entspannung hilft dir dabei, mit deinem Stresspegel klar zu kommen. Und zwar in Sekundenschnelle. Ich habe den Kaffee schon erwähnt. Ich bin selbst ein großer Espresso-Fan. Deswegen, falls du auch gerne Kaffee trinkst, ich fühle mit dir. Es gibt gute Alternativen und es lohnt sich, das mal zu testen. Zum Beispiel grüner Tee. Grüner Tee enthält genauso Koffein wie Kaffee. Und beide Getränke sorgen dafür, dass dein Körper das Stresshormon Cortisol ausschüttet. Aber grüner Tee bietet noch ein bisschen mehr. Der enthält nämlich die Aminosäure Theanin. Und aus der stellt dein Körper den Neurotransmitter GABA her. Und GABA beruhigt. Grüner Tee liefert dir also beides. Du bekommst auf der einen Seite den schnellen Kick, den du von Kaffee kennst. Auf der anderen Seite beruhigt grüner Tee dich. Anstelle dich zusätzlich nervös zu machen. Zweite Möglichkeit. Tief durchatmen. Atme zehnmal tief ein und aus. Und falls du eine dieser neuen Smartwatches hast, ich habe zum Beispiel die Apple Watch, die hat sogar eine App, die dich regelmäßig daran erinnert und dich durch so eine Atemmeditation führt. Geht innerhalb von einer Minute. Klingt ziemlich einfach, ist auch ziemlich einfach. Und ich sage dir, es wirkt jedes Mal Wunder. Diese Minute lohnt sich wirklich. Und falls du keine App hast, dann machst du es einfach so. Du brauchst keine App dazu. Und das geht einfach so. Du nimmst dir vier bis fünf Sekunden zum Einatmen. Dann hältst du die Luft für vier bis acht Sekunden. Und dann atmest du langsam aus. In fünf bis zehn Sekunden. Und diese tiefe Atmung stimuliert einen Nerv, der diejenigen Hirnregionen verbindet, die dich beruhigen. Möglichkeit Nummer drei. Die kennst du vielleicht schon. Das ist das regelmäßige Training. Wahrscheinlich kennst du das Gefühl, zumindest wenn du regelmäßig trainierst, dass der Stress auf einmal wie weggeblasen ist. Regelmäßiges Training kann in vielerlei Hinsicht ein echtes Ventil gegen Stress sein. Erstens hilft es dir dabei, die Entzündungsvorgänge in deinem Körper in Schach zu halten, die durch den Stress begünstigt werden. Und zweitens werden deine Körperzellrezeptoren empfindlicher für die Hormone Insulin und Leptin. Und drittens sorgt das Stresshormon Cortisol dafür, dass Fettsäuren als Energiequelle in deine Blutbahnen gelangen. Und genau die verbrennst du beim Training, bevor sie eingespeichert werden, und zwar dort, wo du sie nicht haben möchtest. Es lohnt sich also, sich ein bisschen Zeit fürs Training zu nehmen. Und selbst dann, wenn du die Zeit für ein komplettes Workout vielleicht mal nicht hast, dann kannst du einfach eine Bushaltestelle früher aussteigen und ein Stück zu Fuß gehen. Oder du lässt das Auto stehen und nimmst das Fahrrad. Oder du nimmst dir einfach 10 Minuten für einen Spaziergang in der Mittagspause oder abends oder wann auch immer. Jede Art von Bewegung hilft. Hilft deinen Kreislauf in Gang zu bringen und klare Gedanken zu passen. Möglichkeit Nummer 4 Gesunde Lebensmittel und die am besten in Griffweite. Besonders dann, wenn du gestresst bist, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, mit der du deinen Blutzucker stabil halten kannst. Nämlich indem du jederzeit gesunde Lebensmittel in Griffweite hast. Auf die Weise kannst du den Teufelskreis der Hormone Insulin und Cortisol durchbrechen und gleichzeitig die Neurotransmitter in deinem Gehirn auf Trab halten. Das sind Dopamin, Acetylcholin und Serotonin. Das sind die Neurotransmitter, die für deine geistige Fitness eine entscheidende Rolle spielen. Dopamin macht dich aufmerksam, Acetylcholin gibt dir Fokus und Serotonin lässt dich entspannt bleiben. Wenn du diese Neurotransmitter durch die richtige Ernährung optimierst, dann gibst du deinem Körper die Chance langfristig besser mit Stress umzugehen. Die Bausteine für diese Neurotransmitter, die bekommst du durch Protein, durch proteinreiche Lebensmittel und dann auch gesunde Kohlenhydrate wie Obst, Gemüse, Süßkartoffeln. Möglichkeit Nummer 5. Hat dich in einer vergangenen Folge schon mal erwähnt, führe ein Dankbarkeitslogbuch. Denk mal an die letzte stressige Situation, die du erlebt hast. Worauf hast du deine Aufmerksamkeit fokussiert? Ich tippe mal, du hast an das gedacht, was du nicht wolltest oder was dich besonders aufgeregt hat. Das sind häufig Missstände, das sind Probleme, Themen, die du nicht akzeptieren wolltest. Eine der effektivsten Anti-Stress-Methoden ist, genau das Gegenteil zu tun und zwar bewusst Danke zu sagen. Ich garantiere dir, das wirkt. Wissenschaftler garantieren dir das übrigens auch. Die haben das nämlich nachgewiesen. Du kannst dir einfach mal drei Dinge nehmen, für die du dich heute bedanken möchtest, über die du dich freuen kannst. Sei es das Wetter, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Manchmal freue ich mich morgens, wenn ich aufwache über diese tolle Bettwäsche, die frisch gewassen ist oder das Lieblingsgetränk, das ich trinken darf, dass ich sehen kann, dass ich einen Podcast hören kann oder einfach, dass ich gesund bin. Was auch immer es für dich ist, du kannst es einfach aufschreiben. Du kannst es jeden Tag tun. Dann fällt es dir immer leichter und irgendwann passiert das automatisch. Dann liegt der Fokus ganz automatisch auf den positiven Dingen in deinem Leben. Und die Gefühle werden besser und der Stresspegel sinkt und vielleicht stellst du fest, dass es dir trotz allem doch gar nicht so schlecht geht. Und dann ziehst du das 14 Tage durch und versuchst, keine Sache doppelt zu benennen. Und am Ende stellst du vielleicht sogar fest, dass du es ziemlich gut getroffen hast. Wer weiß, ist eine ziemlich gute Idee, wenn du dir so ein Dankbarkeitslogbuch zulegst. Ich habe früher solche Moleskine-Notizbücher benutzt oder andere Notizbücher. Das funktioniert genauso gut wie das 5-Minute-Journal, das ich in der Dankbarkeitsfolge vor einigen Wochen hatte. Ja, was hilft noch gegen Stress? Ganz klar, gute Witze. Einfach lachen. Lachen ist der größte Feind des Stresses. Ja, und wenn wir lachen, dann schüttet unser Körper Glückshormone aus, Endorphine. Und es ist übrigens egal, ob wir künstlich lachen oder ob wir etwas wirklich witzig finden. Fake it till you make it, das ist die Idee dabei. Denn meine These ist, du kannst nicht gleichzeitig lachen und gestresst sein. Das funktioniert einfach nicht. Endorphine sind die Erzfeinde des Stresshormons. Und wenn du lachst, dann senkst du automatisch deinen Stresspegel. Übrigens hat Humor und Lachen so viele weitere positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Fitness. Es gibt sogar einige Forscher, die sich seit gut einem halben Jahrhundert ausschließlich mit dem Lachen beschäftigen. Ziemlich coole Forschungsrichtung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Damen und Herren der Wissenschaft ziemlich viel Spaß bei ihrem Job haben. Ja, was wenn du nicht grundlos lachen möchtest? Und auch das kann ziemlich cool sein. Einfach mal ausprobieren. Dann kannst du dir jederzeit einfach folgende Frage stellen. Was ist an dieser Situation gerade lustig? Und das bringt besonders dann viel Spaß, wenn es eine Situation ist, die dich früher gestresst hätte. Im Straßenverkehr oder im Job passieren manchmal Dinge, die einfach nicht witzig sind. Und wenn du dann genau das findest, was witzig ist, dann kannst du ziemlich viel Spaß haben in Situationen, wo es früher nichts zu lachen gab. Ich habe letztens einen Typen getroffen, der hat den Menschen in seinem Blickfeld einfach lustige Kostüme angezogen. Da lief der Chef dann auf einmal im Bugs Bunny Kostüm durch die Firma mit Moorüber in der Hand. Oder der unfreundliche Verkäufer hatte auf einmal eine Propellermütze auf. Du siehst schon, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es kann schon sein, dass du dann durch Grinsen auffällst. Also legst du dir am besten im Voraus eine passende Ausrede zurecht. Wie viel solltest du lachen, um deinen Stress zu senken? Wenn du mich fragst, dann sind es 24 Stunden am Tag. Ja, und wenn du die Forschung fragst, konkret Michael Miller, das ist ein Lachforscher von der University of Maryland, der empfiehlt, neben regelmäßiger sportlicher Betätigung jeden Tag mindestens 15 Minuten zu lachen. Lachen geht auch ohne Grund. Und zwar so. Ha, 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 hi, 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 ho, ho, ho. Einfach mal nachmachen. Ja, und am besten ist es, wenn du versuchst, dabei wirklich ernst zu bleiben. Denn Stress ist eine wirklich ernste Angelegenheit. Darüber lacht man nicht. Okay, kommen wir zum letzten Punkt, zur letzten Möglichkeit, Stress zu senken. Und das ist Sex. Wie gut Sex gegen Stress wirken kann, das weißt du. Und dass Sex zu zweit mehr Spaß macht als alleine, weißt du auch. Sex mit dem Partner ist sogar fünfmal besser, sagt zumindest der Wissenschaftler Stuart Brody von der University of Paisley. Und auch da haben die Forscher natürlich ordentlich Gas gegeben. Die haben rausgefunden, dass Sex und andere, in Anführungszeichen, partnerschaftliche Interaktionen den Kortisolspiegel nachhaltig senken können. Und wenn du wirklich entspannen möchtest, dann kannst du kreativ werden. Und die sechs übrigen Stressabbau-Methoden in das gemeinsame Abenteuer einflechten. Zum Beispiel den grünen Tee bei einer anregenden Unterhaltung, regelmäßiges Training, immer schön tief durchatmen. Ja, und wie wäre es, wenn du gesunde Lebensmittel in Reichweite hättest? Gemeinsames Lachen passt auch hier. Ja, und danach viel Kopfkino für dein Dankbarkeits-Logbuch. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Ich frage mich manchmal, wenn ich hier in der Großstadt vor die Tür gehe und Menschen im Straßenverkehr beobachte, dann stelle ich fest, dass einige ziemlich ausrasten können. Und zwar über Kleinigkeiten, die nun wirklich nicht schlimm sind. Und ich frage mich, warum einige Menschen so sehr ausrasten, während andere ganz ruhig bleiben. Meine These ist, es gibt nur eine Person, die dich stressen kann. Und die diese Menschen stressen kann. Und das sind sie selbst. Die einen kommen damit klar und die anderen haben ihren Stresspegel noch nicht im Griff. Wir machen uns selbst Stress, wenn wir in einer Situation, dem, was da gerade passiert, eine negative Bedeutung geben. Und wenn wir in die falsche Richtung denken, wenn wir uns die falschen Ziele setzen oder Ziele verfolgen, die nicht unsere eigenen sind. Wir machen uns auch dann Stress, wenn wir Dinge nicht akzeptieren wollen, die wir nicht ändern können. Das Wetter, den Straßenverkehr. Irgendjemand verhält sich nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir stressen uns auch dann, wenn wir die Verantwortung für unser Leben abgeben. Und so entsteht dann ein mentaler Stress durch Denkmuster, die uns meistens gar nicht bewusst sind. Die wir nicht erkennen, weil wir sie schon seit Jahren und Jahrzehnten zur Gewohnheit gemacht haben. Die gute Nachricht ist, Gedankenstress ist ein Verhalten. Und Verhalten können wir ändern. Der erste Quick-Fix sozusagen wären die sieben Stressabbauübungen, die du gerade kennengelernt hast. Die können dir dabei helfen, schnell zu entspannen und danach vielleicht mal darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert ist. Und wie du dich in Zukunft anders verhalten könntest. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die glauben, nur wenn sie gestresst sind, können sie auch produktiv sein. Meine These ist, du kannst auch gelassen sein und du kannst noch produktiver sein. Denn wer gelassen ist, ist kreativer, dem fallen besser Problemlösungen ein. Und er hat vor allen Dingen viel mehr Spaß bei dem, was er da tut. Ja, und last but not least tut das auch dem Körper gut. Du hast mehr Power und du siehst, wie dein Körper sich schneller verändert in Richtung deines Traumkörpers. Sobald du entspannt bist, solltest du dir einige weitere Gedanken machen. Zum Beispiel, wo liegt denn eigentlich die Ursache dafür, dass du dir Stress gemacht hast? Was ist dein Ziel? Hast du vielleicht einfach zu viele Prioritäten, zu viele Dinge, die alle super, super, super wichtig sind und stresst dich dadurch? Wenn du nur eine Sache zur Zeit angehen könntest, welche wäre das? Was kannst du zukünftig dafür tun, um Stress gar nicht erst entstehen zu lassen? Das sind jedenfalls einige Fragen, die mir in der Vergangenheit geholfen haben und vielleicht helfen sie dir auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen gelassenen Tag und eine gelassene Restwoche. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment. 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 Das beste Kompliment.